Befürwortende Aussagen Willst du schlafen? Ja. Willst du ins Kino mitgehen? Gerne. Hilfst du mir morgen? Natürlich. Sollte man jedes Jahr zum Zahnarzt gehen? Auf jeden Fall. Sein Bruder sagt, dass er mir jeden Tag helfen wird. Das klingt gut. Lass uns morgen in den Zirkus gehen. Das klingt nach viel Spaß. Bald kaufen wir ein neues Auto. Das wäre wundervoll. Am Samstag gehen sie wandern. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Meine Eltern werden mir einen neuen Computer kaufen. Das wäre toll. Er hat um meine Hand angehalten. Fantastisch! Ich habe das Problem gelöst. Genial! Bald fahren sie nach Paris. Das möchte ich auch gerne. Russland ist ein großes und schönes Land. Ich stimme dir zu. Moskau ist eine schöne Stadt. Ich bin ganz deiner Meinung. Kaufen wir ihm eine neue Krawatte als Geschenk. Diese Idee ist spitze. Ich habe einen neuen Job gefunden. Cool! Ich habe eine neue Arbeit gefunden. Super! Yogis können durch den Hintern atmen. Sehr interessant. Yogis können durch den Hintern atmen. Sehr interessant. Wir möchten eine Dacia kaufen. Tolle Idee! Wir möchten eine Dacia kaufen. Tolle Idee! Lass uns Schach spielen. Okay! Einverstanden! Möchtest du weinen? Ja! Ein bisschen! Höntest du Wien? Ja! Ein bisschen! Lass uns ins Museum gehen. Ja! Warum nicht? Möchtest du Pizza? Ja! Natürlich! Die ist lecker! Höntest du Pizza? Ja! Конечно! Es ist lecker! Die ist lecker! Höntest du Pizza!